Guten Tag, ich bin Kim Sauer auf der Elektronika in München und bei mir ist Herr Klaus Martin von der Firma Adventec. Herr Martin, Sie hatten jetzt gerade einen sehr erfolgreichen Event in Suzhou in der Nähe von Shanghai in China. Können Sie uns kurz eine Einführung geben, um was es da genau ging? Erstmal herzlichen Dank für die Möglichkeit, hier reden zu können. Ja, wir hatten vergangene Woche einen äußerst erfolgreichen Event in Suzhou, sehr nah in der Nähe von Shanghai. Wir luden hier 5.500 unserer Kunden, Partner, Channel Partner und auch Vertreter der internationalen Industrie ein. Wir hatten hier Keynotes natürlich von unserem ersten Mann in der Reihe, das ist Mr. Casey, sein Vertreter Miller und auch namhafte Vertreter aus der internationalen Industrie. Es war Bosch vertreten, es waren Siemens zum Beispiel vertreten, aber natürlich auch große Firmen von dem internationalen Floor waren da und es waren also äußerst interessante Gespräche zum Thema Co-Creation, was wir in der Zukunft immer mehr treiben wollen. Also es war sozusagen ein Startschuss für dieses neue Konzept oder eine neue strategische Ausrichtung. Was treibt diese Strategie für Sie an? Diese Strategie ist die, wir kommen aus der Ecke reiner Hardwarehersteller. In den letzten Jahren haben wir es auch geschafft, Software mit draufzupacken, diesen ganzen Systemen, Box-PCs, Gateways, Edge-Servers mit Display ausgestattet. Wir haben es auch geschafft, eine gewisse Intelligenz mit einzuhauchen und auch diese Systeme dann an die Cloud anzubinden. Jetzt gehen wir den Weg, diese innovativen Systeme mit Cloud-Anbindung auch sehr, sehr branchenspezifisch aufzusetzen. Dieser neue Weg ist so gestaltet, dass wir diese Systemintegratoren hernehmen, die aus dieser Branche kommen. Das heißt, das sind sehr gute Spezialisten, die seit Jahren sich auf diesem Gebiet tummeln. Das sind meistens Softwarefirmen, die dann diese Software für diese Branche perfektioniert haben. Und wir versuchen jetzt den Weg zu gehen, deren Wissen mit unserer Hardware, mit unseren Systemen zu verbinden und direkt in die Cloud mit anzubinden. Hört sich sehr interessant an. Nochmal viel Glück auch mit dem neuen Konzept und der Ausführung und danke für das Gespräch heute. Danke, herzlichen Dank.